ich möchte keine kopf erschießen ich bin kein kopfkeller ich bin kein kopfkeller ich bin kein kopfkeller nein ich muss glaube ich doch kopf ich glaube ich muss aber doch ich räum diese stadt auf was war das denn was Ah! Ah! Okay. Ich möchte aber eigentlich gar keine Kopf füllen. Wieso nur halber Schraud? Was soll das denn jetzt hier? Wie nur ein halber? Also wenn es nach Körpergewicht geht, bin ich sogar fünfmal Schraud. Man muss das aber ein bisschen positiv sein. Gute Idee, Tommy. Ja, was soll ich machen? Anders geht das nicht. Das Ding ist halt, ich muss tierisch auf Toilette. Ich muss tierisch auf Toilette. Kein Kontakt mit den Jungs auf dem Dach. Wir haben ihn verloren. Stuhlsen. Moinsen. 25 hours later. Da müsstest du ja auch fünfmal so gut treffen. Aber dass du so gut wie ein Schraud bist, bist du eigentlich nicht mal ein halber Schraud. Ey, Entschuldigung, nur weil ich fünfmal so fett wie Schraud bin, heißt das nicht, dass ich fünfmal so gut aime wie Schraud. Am Ende des Tages ist das wahrscheinlich wie bei einem 100 Meter Läufer. Wenn der fünfmal so schwer ist wie Hussier Bolt, dann läuft er wahrscheinlich auch fünfmal langsamer, okay? Also am Ende des Tages ist das... Lassen wir das einfach. So tief wir auch fallen, im Tode können wir Erlösung finden. William, hier war ein Sünder, ja. Aber er war auch ein liebender Sohn. Ein beschützender Bruder. Ein loyaler Freund. Und deshalb beten wir, dass seine Seele Erlösung findet. Und jetzt möchte einer von Willis engsten und teuersten Freunden ein paar Worte sprechen. Ich... Vielen Dank, Vater. Ich, ähm... Wollte meinen Respekt erweisen. Billy, ich hab dir das nie gesagt, aber... Du warst wie ein Bruder. Du hast mir so auf den Arsch gerettet, wie es übel aussah. Ich weiß nicht, wie ich... Was... Moment. Was machen Sie da? Das ist der... Der Kerl hat Billy umgelegt. Ey, Magga, ich muss tierisch aufs Klo. Ey, wir müssen... Es tut mir wirklich leid, aber wir müssen jetzt mal richtig harten Cliffhanger reinknallen. Ich muss wirklich ganz schnell auf Toilette. So. Entschuldigung, Leute. Äh... Hat der ne Thompson? Ne, das ist ne Blume. Zeig mir dein Gesicht. Ja! Nochmal! Ja! Äh... Noel, Dankeschön für dein Prime! Ich hab' einen vorheinen. Ich hab' einen vorheinen. Irgendwo oben ist noch einer. Kann das voll neu? Äh... Das ist eine beerdigung. Du hättest das vor tagen beenden können. Entschuldigung... Ich muss kurz mal, äh... ne tablette einwerfen. ein ibo-profil gegen die Kopfschmerzen von eurem ganzen scheißgelaber! Oh, Gott! so funktioniert diese stadt Du wuchst nie in dieser Stadt! Okay, gut, dass wir drüber geredet haben. Oh, hier ist die Thompson! Entschuldigung, ich muss kurz nachladen. Moment, oder? Glaubst du mir nach der Spass? Was ist denn aus, hier hat es, Mensch? Da kannst du nicht einfach so ballern, du hast dich doch jeder! Schönes Letzchen! Was haben Sie getan? Mord im Hause Gottes! Neee! Das waren kriminelle, Vater. Diebe. Vergewaltiger. Mörder. Gott hätte sie aufgenommen, hätten sie um Vergebung gebeten. Welcher dieser Männer hätte erlös und durch Arbeit mit Bedürftigen gefunden? Welcher auch nur ein Leben gerettet? Keiner von uns, Vater. Du Bastard! What? Wenn du Beichte ablegen willst, mach das besser schnell! Bitte, kein Blutvergießen mehr! Tut mir leid, Vater. Verstehen Sie es als göttliche Vergeltung! Na, 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 na! Na, na, na! Sind wir jetzt quitt? Klar. Fürs Erste. Für Ihre Mühen, Vater. Ich will dein Blutgeld nicht! Ja, ist kein Blut dran. Macht für mich keinen großen Unterschied. Das sollte reichen, um die Einschusslöcher zu stopfen. Und sie ruhig zu stellen. Wenn die Cops kommen... Sagen Sie denen, dass die Schützen einen Ostküsten-Akzent hatten. Nicht aus der Stadt. Ja? Ich werde nicht lügen. Ich werde gar nichts sagen. Gut. Wäre traurig, wenn wir zurückkommen müssten. Und wo zur Hölle warst du? Kaum war ich in der Kirche, haben sie mich erkannt. Sieht mir gleich rausgefolgt. Wo sind sie jetzt? Gleicher Ort wie die ganzen Typen. Lass uns abhauen! Jax Moinsen! Ist das denn ein USB-Hub-Hub oder der Hub im Rechner? Tommy! Achtung! Stell die Kirche von allen Seiten! Lass ihn nicht raus! Steck ein, Mann! Ist das dein Ernst? Na, Singi! Klar, wir können weitersuchen, aber die Cops sind überall! Deichenwagen, wiederhole! Deichenwagen! Ja! Der vermichtige ist in der Innenstadt! Okay, das lief heute nicht wie erwartet! Fahre einfach! Oder wir fahren bald hinten mit! Ah, nein! Das hat nicht funktioniert! passiert ist die kopf sind ja riesensauer aber alles ist erledigt ich glaube nicht die müssen alle kopf der stadt gerufen haben ich denke ich weiter kontrollieren schütteln sie ja er sucht Bandit. Suche Bandit. Okay, wir sind sie los. Gott sei Dank. Heute werde ich aus dem Gedächtnis streichen. Wem sagst du das? Wir müssen zurück zur Bar und abtauchen. Für ein paar Wochen, so wie das gelaufen ist. Ah, der Priester hält die Schnauze, keine Sorge. Morello hat was abgekriegt und ihr müsst euch um Gilottis Sohn keine Gedanken mehr machen. Dem Boss wird's gefallen. Mann, ey. Ich grüße dich. Oh! Was ist denn mit dir? Was ist denn? Es ist Samstag, 13 Uhr. Da wüsst du, ob wir irgendwo noch einen USB-HP herkriegen oder nicht. Oder gibt's sowas nicht in... ...Op-Dorf. Was suchst du denn, Winky? Was hier der Edeka hat sowas? Das stimmt nicht, Pazifikas. Ich suche deinen Creative Tag für Epic. Äh, HC unterstricht dir, Sie, Winky. Überall. Wo hat denn Edeka einen USB-HP? Ja, das frage ich mich auch gerade. Vielleicht diese ganz großen, aber... ...aber normaler, kleiner GD-Edeka nicht. Wieso Zoom-Creator-Attack und Carl nicht? Äh, weiß ich nicht. Weil ich Computerspiele spiele. Und keine YouTube-Büte spiele. Und keine YouTube-Büte spiele. Das... ...ist schon was anderes. Das brauchst du mir nicht erzählen. Denk einfach nicht drüber nach. Das ist mein bester Rat an dich. Denk am besten über gar nichts nach. Okay. Ich hab mein Creative Tag aber schon sehr, sehr lange, äh... Roderick. Also schon wirklich sehr lange. Ja, als das Programm rausgekommen ist, da hab ich das schon gehabt. Ich bewerbe den nur nicht so aktiv. Das passt halt irgendwie aber nicht rein. Himmel, Herrgott, Tommy. Sie gestehen gerade eine Schießerei in einer Kirche. Und das war erst der Anfang. Sie wissen, dass ich Sie sofort einbuchten lassen könnte, bis Sie alt und grau sind. Vielleicht, wenn Sie denken, dass Sie damit durchkommen. Aber dann wüssten Sie nichts über Morello. Hallo. Tut mir leid fürs Warten. Schichtwechsel. Was darf sein? Zweimal den Mittagstisch, bitte. Und mehr Kaffee. Wissen Sie was? Bringen Sie eine ganze Kanne. Switch Prime ist... Ich such hier nur die Zählung. Gab es Probleme nach der Sache in der Kirche? Das ist das Seltsame. Es ist nichts passiert. Salieri muss jemanden geschmiert haben, denn es tauchte nicht mal in der Zeitung auf. Wir mussten nur sieben, acht Monate warten. Die Cops waren ständig in der Bar. Sie hatten uns im Visier. Und Frank hörte, dass Morello bei der Wiederwahl von Gilotti mithalf, damit der sich um den Don kümmert. Wir bekamen ein paar Geschäftsbücher aus Morellos Büro in die Finger. 1933 lief gut für ihn. Der Penner wusste vor uns, dass wir am Arsch waren. Während wir die Köpfe eingezogen hatten, widmete er sich unseren Geschäften. Erst ganz leise ein paar Trucks verschwinden. Ein Spitzenverdiener hat zu viele Highballs, rast von der Brücke. Einer unserer Stammabnehmer schließt den Laden und zieht weg. Und euch ist nichts aufgefallen? Mir nicht. Polly roch vielleicht Lunte. Aber sogar mit den Cops im Nacken und einem lauernden Morello machten wir noch genug Geld. Da sich der Don Sorgen wegen der Cops machte, hatten wir nicht viel zu tun. Außer trinken und Spaß haben. Und jedes Mal, wenn ich zu Salieri ging, war das Sarah. Es war ein gutes Jahr. Bis Frank... Coletti, der Konziliere des Don. Ja, genau der. Hat mir den Kopf gewaschen. Hat uns allen den Kopf gewaschen. Die Leute in der Stadt reden eine Menge über euch. Ja, es gab etwas Ärger letzte Nacht. Keine große Sache. Die Prügelei in der Bar ist mir egal. Aber wie sieht das aus, wenn du da reinkommst und allen einen ausgibst? Geld will ausgegeben werden. Dann geh am Sonntag wetten. Oder führ ein Mädchen aus. Oder leg es an, verdammt. Willst du, dass ich ein Börsenschnösel werde? Wird nicht dreist, Tommy. Ich will dir was beibringen, damit du dir nicht ins Knie schießt. Hattest du mal einen Hund? Klar, ein klein Köter als Kind. Mit acht oder neun, bevor ich aus Sizilien rüberkam, hatte ich diese schöne Cerneco de Letna. Wie ein kleiner Windhund. Schnellster Hund überhaupt. So traf ich den Don. Wir veranstalteten Rennen zusammen. Setzten Münzen und Patronen auf sie. Kein Hund konnte ihr das Wasser reichen. Hat nie verloren. Nur ein einziges Mal. Haben nur ein Taschenmesser verloren, aber ich habe den Don noch nie so wütend gesehen. Ist sie alt geworden? Nein. Trächtig. Sie war läufig. Riss aus dem Garten aus. Und jeder Köter in der Stadt durfte ran. Du bist wie sie, Tommy. Jedes Mal, wenn du mit Geld protzt, bist du wie eine läufige Hündin. Und jeder in der Bar will es dir besorgen. Und wenn das passiert, brauchen wir dich nicht mehr. Verstehst du das? War ziemlich deutlich. Gut. Denn du musst an deine Karriere denken. Schau, Polly kommt nicht weiter. Er ist der richtige für Raufereien, aber er ist zu dumm, um etwas zu leiden. Sam ist loyal, aber er hat keine Vision. Aber du, Tommy. Du kannst diese Stadt mal haben. Ah, ich weiß das zu schätzen, Frank. Und was war mit dem Hund? Der Don wollte sie ersäufen. Haben ihm die Nase gebrochen. Du kannst mich hier rauslassen. Grüß Sarah von mir, Tommy. Ein Ausflug aufs Land. Damals lief alles über Frank. Die Pläne, der Auftrag, der Geld. Der Anruf konnte jederzeit kommen. Ah, Tommy. Frank sagt, du sollst hinten in der Werkstatt warten. Du hast wohl Arbeit. Danke, Luigi. Sarah kocht gerade. Sie bringt Essen vorbei. Bei dem Regen? Ein gutes Mädchen. Wir sehen uns morgen, Luigi. Luigi. Unicorn, ich grüße dich. Moin. Ja, es ist 13 Uhr. Das Video ist raus. Aber wir streamen ja jetzt. Also, da muss er jetzt nicht unbedingt gehen. Da könnt ihr ja nachher gucken, wenn der Stream fertig ist. Weißt du, es tut gut, Sarah endlich wieder lächeln zu sehen. Sarah ist auch eine ganz nette. Die ist wirklich nett. Die sind eine ganz nette. Ja. Aber da könnt ihr ja bitte auch die Welt machen. Und wir sind auch die verrufen. Und dann können wir ja einem schmierten Politiker. Der stürmte. Wir fuhren in die Vororte, um diesen Kerl zu schnappen. Die Straßenlampen lieferten nur schwaches Licht. Wir fuhren so gut wie im Dunkeln. Wir kommen zum Haus. Sind bereit. Und dann kommt dieser große Blitz. Und für eine Sekunde im Vorgarten sehe ich diesen Kopf. Liegt einfach so da. Starrt. Am Hals abgetrennt. Ja, erzähl keinen Mist. Ein paar andere Jungs waren schon vor uns bei dem Haus. Der Kerl hatte wohl mehr als genug Feinde. Den Rest von ihm haben sie nie gefunden. Äh, Jerry, dankeschön übrigens für sechs Monate. Und willkommen zurück. Alrighty. Rein geht's in die gute Stube. Auch ist nicht gut, Mann. Was wir sagen. 25 Jahre hinter mir. Danke fürs Warten, Tom. Der Don und ich sind nochmal über die Zahlen gegangen. Klar. Was ist der Job? Ich möchte, dass du Sam und Pauli bei einer Lieferung heute Nacht hilfst. Das gute Zeug. Direkt aus Kanada. Wo werde ich gezeugt? Sam ist unterwegs auf einer Farm zu unseren Freunden aus dem Norden. Pauli überwacht die Trucks, die die Lieferung in die Stadt bringen. Aber ich will, dass du ihn begleitest. Ein zweites Paar Augen, damit alles glatt läuft. Okay. Hol ein Auto von Ralphie und triff Pauli am Lager. Er hat Kanonen, falls es Ärger gibt. Klar, Frank. Kein Problem. Gut. Dann bring das kanadische Gold sicher heim. Eine Kiste ist für den Don reserviert. Wie? Der Don schnappt sich einfach... What? Kann ich den nehmen? Ralphie, kann ich mir den nehmen? Sag mal. Der Wagen gehört dir, wenn du willst, Tommy. Danke, Ralph. Cool. Späte Arbeit? Ich schlafe, wenn Frank schläft. Mann. Er hält uns auf Trab. Morello hat die Finger überall sonst drin, Ralph. Aber der Schnaps ist unser Gebiet. Irgendwo müssen wir vorne sein. Nun, ich... Ich richte nur die Autos, Tom. Hab die Kennzeichen nochmal getauscht. Vorsichtig bleiben. Wir sehen uns morgen. Okay. Not done? Das war's. 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 ganz einfache nummer die jungs beladen die tracks und wir kommen direkt zurück ja machen wir schnell ich muss noch vorhin ich hab noch wurde später nacht schicht mit luigi mädchen du bist lustig schützt erst ihre jungfräulichkeit und schnappst sie dir dann lass es pauli nach komm schon ist nur spaß sie ist in ordnung geheiratet und sie rückte dann den kopf zurecht auf mich wartet nur eine couch was sie wohl für geschichten über ihren paps zu erzählen hat ich war mal ein eiskarter killer keine ahnung weißt du dass sie schon als mädchen hinter der wa geholfen hat hat bestimmt schon einiges gehört weiß sicher mehr über das geschäft als wir beide sie weiß genug um mir nicht so viele fragen zu stellen das ist gut dann stehst du mir als lügner da man solltest sie heiraten sam sollte hier warten aber ich sehe nicht irgendwas stimmt nicht sie nicht gleich den schwanz ein mein freund der wollte wahrscheinlich nur raus aus dem regen die brennerei er kommt nicht er ist tot wenn dieser mist gerl besoffen ist und ich deshalb meinen neuen anzugrünere dann bringe ich ihn um er als frank recht hatte ich habe gestürzt gleich jemanden schaust dich um wir kommen nach scheiße ich sterbe ich muss vor ich dachte pauli geht vor hey was geht hier oh ja ich ja Untertitelung des ZDF, 2020